Hallo Leute, wir wollten euch einfach mal informieren, warum in letzter Zeit so wenig Videos gekommen sind oder hochgeladen werden. Und zwar, wir machen eine kleine Sommerpause. Es ist geiles Wetter draußen und Pokémon Go gibt es jetzt in Deutschland. Ich bin gerade dabei, mir alle 150 Pokémon zu sammeln, auch wenn noch nicht alle draußen sind. Und ja, deswegen kommen gerade nur alle zwei bis drei Tage Videos. Und jetzt übergebe ich mal kurz am Plan. Ja, ich habe nämlich noch eine Info zu ARK. Da kam in letzter Zeit so gut wie gar kein Video raus. Das liegt einfach daran, dass ich momentan an der neuen Base baue, die zwar eigentlich für umsonst ist, weil wir nämlich demnächst auch noch einen Neuanfang machen, also eine neue Staffel. Die zweite Staffel wird jetzt zu Ende gehen, wird auch nicht mehr viele Videos haben, nur noch zwei bis drei Videos. Ähm, von daher, ja, ab August startet eine neue Staffel. Ähm, Mitte August wird dann wahrscheinlich das erste Video zur neuen Staffel rauskommen. Wollten wir nur einfach mal ein Infovideo mittlerweile rausbringen, weil es haben sich schon ein paar Leute gefragt, wie es weitergeht. Ja, und wie Aro schon gesagt hat, es ist schönes Wetter. Geht raus, nutzt das Wetter, geht ein bisschen laufen, fangt Pokémon, wenn ihr selber spielt. Wenn nicht, dann geht halt trotzdem raus, genießt das Wetter. Man kann Fahrrad fahren, man kann Inliner fahren, man kann Roller fahren, man kann alles machen. Also von daher, ja. Eis essen, ganz wichtig. Und Sonnencreme einpacken, gute Laufschuhe und eine Powerbank und dann geht's los. Und wir hoffen, nach der Sommerpause sehen wir uns alle wieder und dann hoffen wir, dass wir es schaffen, regelmäßiger Videos zu bringen. Würde ich sagen, bis dahin und ciao. Tschüss.